Digger, wenn du das schon aus deinem Mund kommst, dann muss ich das sein. Boah, was macht der? Was, was, was? Hahahaha, bin ich gefickt! Manni, geh raus! Einmal durchschließen! Einmal durchschließen! Digger, hat der dich genommen, wenn der Luft zerfetzt und dann wieder eingestüttelt, wie so'n Gummibab. Uauuuuhui! Okay.